wir hatten ja noch frische handtasche ist zwar selber nicht mehr so ganz schön aber die handtasche ist auch gut lagerfeier hat jemand marschmelders dabei ja ich wäre ja für folien kartoffeln aber egal ja die ganze danach noch reinschmeißen aber marschmelders dabei es ist der rips würden schon am grill liegen ja auch drücke um sie einzusetzen fähigkeitspunkte ja toll einer verfügbare upgrade 1 toll egal ich habe jetzt auch schon mal drei die machen mehr schaden und dann haben wir noch offene question weiß es gerade gar nicht mehr mehr als genug ja dann let's go wo auch immerhin die laufer lauf euch einfach nach die eine hand die eine hand stört mich hier schon wieder das ist die hand gottes er wird abgehakt jetzt was macht er denn wo machte ich guck mal nach welche quest wir haben und welche sollte soll das aus die videos rausschneiden liebe leute das genieße leicht habe ich es rausgeschnitten vielleicht war es mir zu viel arbeit zu viel arbeit in angelegenheiten langwierig ist ja wurscht mach einfach irgendwas machen oder einfach haupt quest spielen irgendwie hat ich muss noch hier kurz mit ihnen handeln quest quest zeit totschlagen was was muss man da machen die zeit totschlagen wir müssen weit und dominik hätten das heißen abgeschlossen wie die mit domina abendings das ist mal kann aber geholfen wer bist du du bist du in der interessiert man hat du bist du bleibst jetzt im klo ok kommst du nicht raus knie ins gesicht das wollte dominik eigentlich von uns dank liebe jasmin und servus ach doch jetzt sind umgehen suche ein weg um das lager des leuchten das lager des leuchten zu kommen das haben wir schon gemacht geht zum leuchten das heißt rein theoretisch könnten wir jetzt am besten mit schnell reise zum leuchtturm und daran wissen wir haben jetzt auch hier ja wo ist ein bisschen schnelle reise das schon das durchgezogen die ist schon im bett so die schnell reise ist hier in der in der hütte oder ja schnell reise bei mir ja ja bin hier bin hier gibt es gerade alkohol und wohin zum leuchtturm oder ja zum leuchtturm uns geht es auch ganz gut so weit wir würden auf dich warten ich habe gerade den mike beendet die quest aber so nebenbei erwähnt ja ist ja gut die quest kannst du nicht mehr endung von mike sei der da kannst du immer haben wir schon verbände so jetzt läuft immer noch warum läuft meine jetzt wird sie nicht mehr oder der da was bist du mir ist klar ob die die antwortet ich denke mal ich denke mal ihnen noch nicht dass sie ja schon am bänden ist sondern sie noch ein bisschen entspannung gönnt ich wollte mal kurz ich glaube ich habe ein bau doppelklinge ein baumesser blablabla das andere spieler fortfahren werden jetzt schon wieder kaputt also noch hoschi schweres roha kuga brauchst du das hier an der wand das hat davon habe ich schon genauen so einer muss noch mit ihnen auch reden ne na ja da tue ich doch gerade was transformers er kommt ich bin noch mit zwillingen hier unterwegs ok mal los ja außerhalb freitags da sind wir immer ein bisschen länger aber ich habe schon wieder vergessen wie müssen wir suchen markus nein man steht er einfach mitten in der tür wer bist du ja wir nein du bist überlebende interessiert minute und der hofur che läuft wohin stemme auch aufジemlichen im binnen win Inc ok ich laufe mit Kayra benutzen am herhu von jasmin hallo und so ganz ja ich weiß nicht zu welchem f tänker das hier läuft läuft aber nur fähnchen ist komplett woanders ich bin ja auf dem weg nach unten ja aber warum weil ich zum fähnchen will da ist doch ein anderes fähnchen hier ich bin ich bin unterwegs zu einem fähnchen und zwar zu dem fähnchen was wir gerade machen müssen ach so okay und warum lauft ihr mir einfach straße runter oder genau so habe ich mir auch immer den haus hier vorgestellt im langen kleid mit einer weißen bluse und da ist das auch komischer russer komischer russer dein latein ist scheiße deswegen bist du ein komischer russer jetzt hört auf hier angoga zu beleidigen ich gehe zu meiner mama denn wir sind ein richtiger russer ja ich habe nichts gesagt ja so ist in russland hilft jetzt kommt gleich moment der mit der typen im auto ist da kommen schon der mark kam mit fahren ist ein erlebnis ich glaube wir müssen hier hoch ja wie ich hier hoch scheiße keine aussage mehr tritt ihn tritt ihn aus dem bild kopf ist weg ja dann hier hoch und hier hoch ist der russer im haus sie zu uns aber wie ist er vorbeigekommen ohne dass die kackpratzen angegriffen haben diesmal verschwunden ich gehe mal kurz baden irgendwie fehlt dir schon ein bisschen die ernsthaftigkeit bei dem spiel geht einfach planschen zwischendrin aber zu muss man ja das blut abwischen oder auch hier liegt ein messer der kann auch nicht aber wo den benutzernamen angreifen ja eben wie sie bei den messer für dich messer 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 die fünf noch macht aber nix direkt in der leichte hier in der grünen da da war es doch gerade ja aber das könnte nur tauschen und das will nicht okay dann halt nicht ja ich habe hier das mega aufgemützte ding es gibt doch nicht her also gerade nicht verkauft nein habe ich nicht und wie viele plätze habt ihr für waffen frei also ich habe nur nur zwei zwei können wir auch nur mitnehmen aber die anderen nämlich in den mögeln verkauft die meistens dann ja aber bei mir tauscht die immer nur kann immer nur tauschen die aus ach so kurz naja der macht gar nichts ich habe nur zwei ich habe ein zwei drei vier waffenplätze frei echt nur zwei bisher ja ja wahrscheinlich hat alles schon gelevelt deswegen ich bin der will acht ja ich bin vier wo sie denn das bei fähigkeiten wahrscheinlich ich bin vier jahre